so glück auf und willkommen zurück zu minecraft ja ich habe jetzt übrigens mal privater weise mal da hinten mal ein bisschen angeglichen die ganzen berge der weggerissen und die größten flächen da schon wieder aufgefüllt mit erde wo ist man stehen geblieben ach ja ich wollte ja dann hier noch ringer einbauen in schreibtisch und dann den stuhl da war ja noch was sich kurz überlegen wie man den am besten baute für den tisch brauche ich aber schon mal das weiß ich muss man die erde ablegen ist alles voll bei ihnen selbst trotz denn denen wieder auffüllung füllmaßnahmen die kisten trotzdem noch voll mit scheiße alle vier da rein das habe ich schon hier schön ist schon immer noch den beton dabei und auch immer noch das glas dabei buch beton du hast hier mal das holz raussuchen was ich brauchen will ein traurig wählt das auf jeden fall und da war es nur ganz kurz ins bett weil es schon wieder spät ist sogar pünktlich diesmal ich brauche glaube ich für den stuhl zu überlegen wo war das ein halb stein oder war das ich habe keine ahnung ich nehme einfach mal die hier mit noch auf jeden fall noch ein banner brauche ich ok banner wie mache ich denn das einfach nur was wolle und den dingern ok verständlich die wolle hatte ich wo drin was bräuchte noch dafür nichts glaube ich weiter ich müsste eigentlich alles haben crafting table ist auch noch drüben glaube ich mal gucken eigentlich müsste auch mal langsamer wieder besuch ja irgendwie erscheinen theoretisch bis jetzt kann man allerdings noch nichts das muss ja nichts heißen dass sie noch nicht da waren da gelappt ich musste nur noch einen ein weiter hinter beziehungsweise da muss sogar noch einfach einen hinter wir einen großen tisch haben au natürlich ich bekomme wieder fallschaden ab dann wie war das noch hat es sich irgendwie so ich muss nur ganz kurz überlegen das war das war doof warte mal ich glaube ich brauche dafür einen anderen soundtrack wie auch den ich der kann bleiben sondern das mikrofon ein bisschen rumgeschoben aber sie habe ich das ich muss mal ganz kurz mal kopieren gehen auch wo habe ich meine welt scheiße geile insel hier war so das ist jetzt mal ein kurzer augenblick ein blick in meine private bauwelt hier wie kann ich auch irgendwann bei gelegenheit noch mal genau zeigen deswegen schon einfach mal auf den boden gucken ich will nicht spoilern jedoch mit mir slab ist gebaut alles klar jeder kommt irgendwann doch mal in das art let's show oder ich brauche slabs auf jeden fall habe ich die noch da ja habe ich auch ich habe jedenfalls da das ist schön es ist doch schon mal sehr sehr gut dass wir die damen habe ich ja eigentlich mal blöcke und so ist alles auf 100 prozent ja das passt schon hier auf die rein die musik auf dem ohr erstmal ein bisschen unter gedreht oder irgendwie wie gesagt wegen anderen spielen es ist aber manchmal etwas lauter das problem ist hier ist echt wenig platz kann ich das hier rein bauen das war der falsche dingsbums oder hier eventuell warte mal mache ich das anders und zwar nicht mit den längern an den seiten sondern wenn ich sie finde mit schildern wenn ich es finde also falls ich noch genügend schwarzeichenholz dabei haben sollte also das heißt dabei aber hier im auf lager fichte ein paar brauche ich auf jeden fall und dann machen wir uns mal ein paar schilder leihen das war doof und ein schild geht ja kanterweise so noch und noch mal ein paar dann mache ich mir noch mal das man kriegt halt nur eins raus das ist so bescheuert eigentlich dass man da nur eins raus kriegt aber nützt ja nix alter kommen das muss auch nicht sein genau wir sind doch kann ich auf dem jahr markt alter gut dann kommt das erst mal ran hier was sie die lehne davon und schon haben wir unseren büro stuhl ist halt ein bisschen ja ich weiß ein bisschen ne weißt du bescheid ist einfach ein bisschen man müsste halt so irgendwie sich halt einfach denken dass man da noch genügend platz hat so muss ich hier nochmal es könnte schon laptop sein aber ich bin eigentlich gern bloß dass da der bildschirm ist da das dann da noch nie so ein bild drauf passt das ist das man halt bildschirm sehen kann ich brauche noch einen banner habe ich eine schere dabei da hinten sind nämlich noch scharf und ich habe keine weiße wolle mehr gut dann müssen wir umfärben sechs stück brauche ich ja ich will eigentlich nicht umfärben aber selbst bei wenn ich hellgraue weiß färbe ist die frage hellgrau weiß färben kommt weiß wirklich weiße wolle raus heftig 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 so brauche ich noch mal einen knochen den noch nicht zu knochenmehl den mache ich zu farbstoff 2 1 zu viel und schon habe ich noch ein weißes banner wobei ich bin doch eigentlich eine rote auch mal ein rotes machen oder oder dafür brauche ich allgemein erstmal weiße wolle was habe ich noch für vermögen für mögliche farbstoffe blau machen wir noch mal so ein blaues banner für den anderen stuhl einfach blau weiße doch bescheid hier aus weiß und blaue zuerst erst mal hellblau krass hier ein bild genau bilder ich auch noch mal wolle für so zwei bilder brauche ich insgesamt stöcke habe ich habe ich noch bei aber jetzt beziehungsweise jetzt ob das das kann ich noch schnell machen bis zum abend bis zum nacht anbruch und dann wollen wir mal gucken wie alles sonst so ausschaut ja die topf pflanze da oben ist auch noch gemacht werden stimmt schon ich bin gerade doof weil ich muss erst das zeug erst mal bauen hatte mal so machen wir mal davon zwei gemälde dann noch mal so ein hellblaues banner das kann wieder weg gemacht werden und dann gucken wir mal wer welches tolle gemälde wir kriegen das counterstrike oder was ja die hier das ne die double doors double doors hier hinten muss noch irgendwas rein ich weiß nur nicht was das ist eigentlich schon mal fangt nil wert oder ich gehe schon mal rüber und fangt schon mal an die dinger zu setzen und zwar einmal hier und es wird dunkel erneut kann ich schon mal nochmal so einen topf machen und noch so einen kleinen topf zwei von diesen kleinen mitbringen und dann noch mal ein paar pflänzelein theoretisch habe ich die überhaupt noch da die klein habe ich auf jeden fall da die großen müsste ich erst bauen glaube ich in der hoffnung dass das genügend ton da ist denn der ton macht die musik und wieder mal pünktlich ins bett so so muss es öfters sein ich gucke ob noch ton da ist der ton müsste eigentlich glaube ich hier drin sein sieht schlecht aus möchte da drüben noch welchen übersehen glaube ich hoffe ich irgendwie nein gibt es aktuell gerade keine das ist nicht so schön ich brauche einfach mal was zum pflanzen erstmal und dann brauche ich noch einmal wo haben wir es denn davon noch eins dann gehe ich gleich hier hinten hinten hier hinten rum am pausen am pausenplatz vorbei mit wunderschönen wald und feld ausblick wunderschön muss auch noch so eine empfangs bereich nach rein ich weiß aber auch nur da gerade noch nicht wichtig auch wie ich den bauen will das vorspaß das sagt hier sagt hier zack dort und zack die zack hier und normal hier und hier immer rüberspringen einmal rüberspringen bei der boom hoch oder peng der hatte gerade seit bildschirmschoner aktiv da scheint nichts zu machen der typ der faul ist so und auch der stuhl ist fertig theoretisch ist das aber noch mal ein bisschen besseres thumbnail weißt du dann kommt ja auch noch mal so ein ding hin weil auch du brauchst der pflanze im regal man muss ja auch ein bisschen gleich ein bisschen gleich sein alles hier dann kriegst du hier noch so ein ding rein ich glaube das war ja japan die gebaut ja warte mal genau so eine schöne große top pflanze da beleuchtung könnte glaube ich auch einen tiefer hängen ist ein bisschen zu indirekt hier oben musste auch noch ausgebessert werden scheiße ich müsste mal gucken ob ich überhaupt noch mal irgendwo leben finde das wäre jetzt mal eine maßnahme hinten beim meer müsste glaube ich was sein aber hier eventuell auch bist du leben wir bestand dann guck mal beim sumpf im meer da noch irgendwo was ist das ja mal ab und zu meistens was habe ich überhaupt ja ja schön gewundert warum kein besuch haben immerhin habe ich ja hier rum her gebaut und hier ist es übrigens alles noch angeglichen wurden so ist hier irgendwo da habe ich schon was gefunden da habe ich doch schon was gefunden kurz hoch luftblasen auffüllen und dann geht es wieder runter da ist ein bisschen was aber nicht so viel das ist aber sogar die ganzen items nach oben schön müssen wie gut bei holzer gibt es sind bei tonen nicht mehr ganz so viel das ist ein bisschen unlogisch irgendwie hier müsste noch ein bisschen was dran glaube ich es ist ein bisschen zu offen aber das sind dann sachen für die späteren folgen dann mal ab zum ofen zum brennofen die schilder können ja auch erst mal weg das kann weg das kann weg ab zu den öfen das ist das überhaupt noch was drin gewesen oder waren die leer die öfen ach das habe ich ja genau eisenbarren gold waren nix 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 dann 64 einmal acht stück sagt die zack 18 16 24 ist zwar eine nur zu viel aber ist mir scheißegal anders geht es halt nicht ach so alles klar 59 eisenbarren das ist schon ganz schön krass du drei und drei viertel ist der stapel fast so der stein der kommt mit hier rein die holzplanken einmal hier und einmal dort ganz konzertieren hier ist ein bisschen scheiße wenn es immer so unordentlich im inventar ist würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis dahin habt euch wohl und tschüss